Einmal im Jahr von Anton Tschechow, übersetzt von Vladimir Tchumikow Das kleine, drei-fensterbreite Hotel der Fürstin hat heute ein feierliches Aussehen, als wenn es sich verjüngt hätte. Ringsherum ist alles sauber gefegt, das Tor ist geöffnet und die gitterartigen Jalousien sind von den Fenstern herabgenommen. Die hellgescheuerten Scheiben kokettieren schüchtern mit der Frühlingssonne. Im Eingang steht der alte und hinfällige Portier Marc in seiner von Motten zerfressenen Livree. Er ist heute nicht umsonst aus seiner Kammer hervorgekochen, heute ist der Namenstag der Fürstin und er muss den Gratulanten die Tür öffnen und ihre Namen ausrufen. Im Vorzimmer riecht es heute nicht wie gewöhnlich nach Kaffee und Kohlsuppe, sondern nach Parfum. Die Zimmer sind sorgfältig aufgeräumt, von den Bildern sind die Gagehöhlen herabgenommen und die ausgetretenen Dielen sind frisch gewichst. Die Fürstin selbst, eine gebeugte und runzelige Greisin, sitzt in einem großen Lehnstuhl und streicht immerfort die Falten ihres weißen Tüllkleides zurecht. Nur die an ihre dürre Brust geheftete Rose erinnert daran, dass es in dieser Welt auch eine Jugend gibt. Die Fürstin erwartet ihre Gratulanten. Es müssen heute kommen Baron Trump, Nebstsohn, Fürst Haller Hadze, Kammerherr Burlastow, ihr Cousin General Bitkov und noch viele andere, an 20 Menschen. Sie werden kommen und ihren Salon mit Geplauder erfüllen. Der Fürst Haller Hadze wird etwas vorsingen und der General Bitkov wird sie zwei Stunden lang um ihre Rose bitten. Sie aber weiß recht wohl, wie sie sich in Gegenwart dieser Herrschaften zu halten hat. Vornehmheit, Würde und Erziehung werden aus allen ihren Bewegungen sprechen. Es werden unter anderem auch die Kaufleute Chdulkin und Bereurkov kommen. Für diese Herren liegen im Vorzimmer Papier und Feder auf. Jedes Heimchen soll bei seinem Herde bleiben. Sie können ihre Namen einzeichnen und dann gehen. Es ist zwölf Uhr. Die Fürstin rückt ihr Kleid und die Rose zurecht. Sie horcht, ob nicht irgendjemand läutet. Ein Wagen kommt lärmend angefahren und hält. Es vergehen fünf Minuten. Nicht zu uns, denkt die Fürstin. Ja, meine Fürstin, nicht zu Ihnen. Es wiederholt sich die Geschichte der vorigen Jahre. Eine erbarmungslose Geschichte. Um zwei Uhr geht die Fürstin, wie im vorigen Jahre, in ihr Schlafzimmer, greift nach dem Riechfläschchen und fängt an zu weinen. Es ist niemand gekommen, oh diese Barbaren. Um die Fürstin macht sich der alte Mark zu schaffen. Er ist nicht weniger gekränkt. Die Leute sind schlimm geworden. Früher summten sie im Salon wie Fliegen umher und jetzt. Niemand ist gekommen, weint die Fürstin. Weder der Baron, noch Fürst Haller Harzen, noch George Puwitzki. Sie haben mich alle verlassen. Und doch, wenn ich nicht wäre, was wäre aus ihnen geworden? Mir verdanken sie ihr Glück, ihre Karriere. Nur mir, ohne mich, hätten sie es zu nichts gebracht. Zu gar nichts, bestätigte Mark. Ich bitte ja nicht um Dankbarkeit. Die brauche ich nicht. Nur Gefühl will ich haben. Mein Gott, wie kränkend das ist. Sogar mein Neffe Jean ist nicht gekommen. Und warum nicht? Was habe ich ihm denn Schlechtes getan? Ich habe alle seine Wechsel bezahlt. Habe für seine Schwester Tanja eine gute Partie gefunden. Teuer kommt mir dieser Jean zu stehen. Ich habe das Wort, welches ich meinem Bruder und seinem Vater gegeben, gehalten. Ich habe für ihn verausgabt. Du weißt es ja selbst. Und seinen Eltern waren eure durchlaucht. Man kann wirklich sagen, wie eine Mutter. Siehst du? Und jetzt? Die Dankbarkeit. Oh, diese Menschen. Um drei Uhr bekommt die Fürstin, wie auch im vorigen Jahr, einen hysterischen Anfall. Der betrübte Marc setzt seinen Tressenhut auf, feilscht lange mit dem droschten Kutscher und fährt zum Neffen Jean. Zum Glück sind die Chambre Garnier, in denen Fürst Jean haust, nicht zu weit entfernt. Marc findet den Fürsten im Bette liegend. Er ist eben erst vom gestrigen Trinkgelager heimgekehrt. Sein verlebtes, feistes Gesicht ist knallrot und die Stirn mit Schweiß bedeckt. In seinem Kopf hämmert es und im Magen tobt eine Revolution. Er möchte gern einschlafen und kann es vor Übelkeit nicht. Seine trüben Augen stieren die Waschschüssel an, die bis oben mit Seifenwasser gefüllt ist. Marc tritt nicht ohne Widerwillen in die verwahrloste Stube ein und nähert sich dem Bette. Das ist nicht hübsch, Ivan Mikhailovich, sagt er vorwurfsvoll. Was ist nicht hübsch? Warum haben Sie Ihrem Fräulein Tante heute nicht gratuliert? Ist denn das nett? Pack dich zum Teufel, ruft Jean, ohne den Blick vom Seifenwasser zu wenden. Als wenn das die Tante nicht kränken müsste. Ach, Ivan Mikhailovich, Eure durchlaucht. Haben Sie denn gar kein Gefühl? Sagen Sie, wozu wollen Sie sie denn beleidigen? Ich mache keine Visiten, sag ihr das einfach. Diese Sitte ist schon lange veraltet, ich habe auch keine Zeit herumzufahren. Fahrt, wenn ihr nichts zu tun habt, selbst umher und lasst mich in Ruhe. Nun mach, dass du fortkommst, ich will schlafen. Schlafen und in die Augen können sie mir nicht vor Schande sehen. Na, Kusch, so ein frecher Kerl, ein Luder. Mark zwinkert heftig mit den Augen. Eine längere Pause. Nun, Eure durchlaucht, seien Sie schon so gut, fahren Sie hin und gratulieren Sie. Die Fürstin weinen und liegen zu Bett. Seien Sie doch so gut und erweisen Sie ihr die Ehre. Fahren Sie nur hin, Eure durchlaucht. Nein, fällt mir nicht ein, es hat keinen Zweck und ich habe auch zu tun. Und was soll ich denn auch bei der alten Jungfer machen? Fahren Sie doch, Eure durchlaucht. Erweisen Sie uns die Gnade. Ich kann gar nicht sagen, wie Durchlaucht durch Ihre Undankbarkeit mit Verlaub und Gefühllosigkeit betrübt sind. Mark fährt mit dem Ärmel über die Augen. Seien Sie doch so gut. Hm, gibt's denn bei Euch Kognak, fragt Jean. Jawohl, Eure durchlaucht, jawohl. So, hm. Hm. Der Fürst zwinkert mit dem linken Auge. So, so. Und, äh, auch hundert Rubel? Nein, das ist unmöglich. Sie wissen selbst, dass wir unsere früheren Kapitalien nicht mehr haben, dass uns unsere Verwandten zugrunde gerichtet, wie wir Geld hatten, kamen alle zu uns. Und jetzt? Es ist wohl Gottes Wille. Im vorigen Jahr hab ich von Euch für die Visite wie viel? Zweihundert Rubel genommen, nicht? Und jetzt habt Ihr nicht mal hundert? Jawohl, alter Fuchs, Dich kennen wir. Such mal bei der Alten nach, es wird sich schon finden. Übrigens kannst Du Dich auch packen, ich möchte nämlich schlafen. Was seien Sie doch so großmütig, Eure durchlaucht? Die Fürstin sind doch alt und schwach. Haben Sie doch Mitleid mit ihr, Eure durchlaucht? Jean ist unerbittlich. Mark beginnt mit ihm zu feilschen. Gegen fünf Uhr ergibt sich Jean, zieht seinen Frack an und fährt zur Fürstin. Matant, sagt er, seine Lippen auf ihrer Hand pressend, und die Augen gehen ihm über. Und sich in den Lehnstuhl werfend, beginnt er dasselbe Gespräch wie im vorigen Jahr. Marie Kriskin, Matant, hat aus Nizza einen Brief. Ihr Mann, wie gefällt Ihnen das, beschreibt ganz harmlos ein Duell, welches er wegen irgendeiner Sängerin mit einem Engländer gehabt hat, wegen der Dingsda, den Namen habe ich vergessen. Ach, wirklich? Die Fürstin himmelt mit den Augen, schlägt die Hände zusammen und wiederholt mit Staunen und nicht ohne erschrocken zu tun. Ach, wirklich? Jawohl, duelliert sich und läuft Sängerinnen nach, während hier seine Frau hinsiegt und zugrunde geht. Ich begreife solche Leute nicht, Matant. Die überglückliche Fürstin setzt sich näher an Jean heran, und das Gespräch zieht sich in die Länge. Es wird Tee mit Kognak gereicht, und während die glückliche Fürstin ihrem Neffen lauschend lacht und staunt und erschrickt, sucht der alte Marc in allen seinen Geheimfächern herum und liest die Papierscheine zusammen. Fürst Jean hat sich unglaublich nachgiebig gezeigt, man braucht ihm nur 50 Rubel zu zahlen, aber um diese 50 Rubel zusammenzubringen, muss der alte Marc mehr als einfach durchstöbern.